Herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Death Base 2. Jawohl, die Grusel 15, 20, 30 Minuten bei Glabur. Jawohl, wartet mal. Da juckt mir doch gerade das Ohr. Da fällt mir doch einer bei ab. Wir waren letztes Mal im Shop, das weiß ich. Da gab es letztes Mal den neuen Anzug, den wir nicht haben. Wir haben auch keine Midi-Kits mehr. Geschweige großartig Munition. Wir haben noch einen Energieknoten, den wir uns überlassen. Und wir werden jetzt ganz kurz mal in den Shop gehen. Und da ist in dem Sinne der neue Anzug, den wir noch nicht gekauft haben. Das holen wir uns vielleicht später. Wir müssen wenigstens einmal für die Waffe kaufen. Und ich würde sagen, ein mittleres Midi-Pack. Und das sollte dann reichen. Ja. Und wo müssen wir lang? Wir sollen da lang. Weiter geht's. Jawohl. Mein Gott, sind die Dinger laut. Wir haben ja letztes Mal die Waffe geupdatet. Dafür haben wir jetzt erstmal keine Munition. Aber dafür gibt's immer reichlich. Jawohl. Noch ein Midi-Kit. Das können wir dann schon mal nehmen. Können wir die schon mal nachladen. Nachladen. Okay. Dann würde ich sagen, wir starten. Die können wir hier gar nicht auch nachladen. Ach. Da ist sie. Scheinbar ist der Mechaniker verschleppt worden, bevor er das hier zu Ende bringen konnte. Strauss ist tot, Ellie. Ist nicht schade um ihn. Und jetzt brauchten sie Strauss nicht, um den Marker zu zerstören? Strauss konnte uns nicht zum Marker führen. Er lief vor seiner Schuld davon. Was ist mit Ihnen? Ich laufe nicht mehr weg. Ich weiß, was zu tun ist. Tja, dieser Riesenbohrer ist ein echter Glücksfund. Warum gehen Sie nicht in die Kabine und versuchen, ihn zu starten? Ich sehe mich nach der anderen Energiezelle um. Okay. Mal sehen, was ich von hier aus tun kann. Macht das. Sie hat ja wirklich ihr Auge verloren. Ach, du Scheiße. Ach, du Scheiße. Wo sollen wir lang? Oh, du Scheiße. Oh, du Scheiße. Hallo. Jawohl, beide tot. Wenn wir den nehmen, könnte das ja auch klappen. Ne, leider nicht. Oh. Ich höre hier noch einen. Da. So, da haben wir die alle auch erledigt. Mal wieder nachladen. Was können wir hier machen? Ah, da haben wir doch das Energieteil. Wunderbar, würde ich mal sagen. Upsa. Aber mit dem Einfädeln habe ich es nicht. Da fehlen die Haare. Hey, was haben Sie gemacht? Ich habe gerade die Steuerhologamme verloren. Der Verteiler hat einen Kurzschluss. Ich brauche Ersatz. Das ist Standard. Hier irgendwo muss noch einer sein. Ich seh mich mal um. Viel Glück da oben. Ähm, nein. Nicht jetzt. Okay. Okay, wir brauchen noch so einen Verteiler. Ich gehe mal davon aus, hier lang. Wir werden den Plasma-Cutter nehmen. Jawohl. Quiddits. Können wir gut gebrauchen. Wir brauchen ja noch den anderen Anzug. Würde ich mal sagen. Da liegt sonst nichts. Da sitzt sie drin in dem Teil. Schon geil, wenn ich ganz ehrlich bin. Wir fahren da rüber. Okay. Aufgeräumt. Zu viel Munition wieder verbraucht. Midi-Kit. Hier können wir irgendwas machen. Da kommen gleich mit Sicherheit welche raus oder so. Ich habe gerade das System kurz geschlossen, sodass die Narb-Tasten umgangen werden. Glück gehabt. Ja. Okay, jetzt gehe ich davon aus, wir müssen den da unten einfügen. Die Munition ist schon wieder fast leer von dem Plasma. Mann, oh Mann, oh Mann, ey. Also auf schwer ist das Spiel wirklich nicht leicht. Also wirklich nicht. Aber bis jetzt geht's. Ich komme gut klar jetzt wieder mal. Er findet die neue Verbindung nicht. Hier oben scheint es zu klappen. Vielleicht muss es auch mal verdrahtet werden. Was? Ich habe sie nicht verstanden. Äh, nichts. Nichts. Jawohl. Jawohl. Noch gerade so geschafft. Geht ja. Geschafft, ich habe das Ding am Laufen. Auf der anderen Seite ist ein Lift. Ich drehe um, damit sie draufklettern können. Guck. Ich drehe um, damit sie draufklettern können. Will die Alte uns töten, oder was? Okay, ich habe es geschafft. Okay, mal sehen, was das Baby drauf hat. Alter. 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 Alter, da kommt doch reichen mir jetzt sicher noch ohne Ende Leute, Leute. Wenn hier unten schon so viele sind, wie viele werden dann erst über uns sein? Alter, wie schwer ist das, bitteschön. Wir haben fast keine Munition mehr, Leute. Moment. Da ist noch viel mehr von dem Zeug. Sorry. Oh nein, ey. Boah, Leute, das wird schwer. Das wird schwer. Hätte ich mal Munition gekauft. Junge, 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 Junge. Und übelst laut alles. Und übelst laut alles. Wenn hier unten schon so viele sind, wie viele werden dann erst über uns sein? So, ich hoffe, ich habe jetzt diesmal genug aufgehoben. Ich sage es gerade nur noch keep рассказывert. Junge, 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 Junge. Das war ja dann nicht so weit. Hö 당stand wichtige Leute, ich finde das gar nicht witzig hier, echt nicht Mama Mia, ey So, bis hierhin sind wir vorhin gekommen Alles okay, Maiden? Fuhren! Nein! Leute, wie heftig, ey. Ich kann gar nicht reden. Oh, wie widerlich. Und sie sitzt da drin. Warum sitzen wir da nicht mit drin? Scheint sind wir da. Ja. Oh Mann, Leute, was geht hier ab? Ich bin drin. Oh Mann, das tut weh. Na ja, wir können unsere Blassuren später vergleichen. Aber zumindest haben wir es geschafft. Das hier muss der Regierungssektor sein. Und ich schätze, ihr Marker ist hinter dieser riesigen Tür da. Wir sollten uns lieber beeilen. Diese Dinger werden einen Weg durch das Loch finden, das wir gebohrt haben. Es muss einen Aufzug oder so geben, der die Ebenen verbindet. Ich versuche, zu ihnen zu kommen. Leute, absolut der Hammer. Kapitel 13 sind wir schon. Ich weiß nicht, wie weit es noch geht. Wir sollen da lang. Okay. Wir haben keine Midi-Kids mehr. Wir haben gar nichts mehr. Wir sind völlig ausgebrannt. Und erstmal alles nachladen. Und ich würde sagen, Leute, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Death Base 2. Mein Name ist Kabur. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.